Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Ungarn und Polen seien stabile Verbündete. Die sei nicht anders gewesen und werde auch künftig so bleiben, betonte der ungarische Verteidigungsminister, nachdem er von seinem polnischen Amtskollegen in Kielce empfangen wurde. Christoph Solibovrovitsky hob hervor, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die illegale Migration sollten weiterhin im Auge behalten werden. Diese sollten sowohl auf EU- als auch auf NATO-Ebene auf der Tagesordnung bleiben, um die regionale und globale Sicherheit aufrechterhalten zu können, so der Verteidigungsminister. Die ungarische Regierung spendet der Ukraine 41.000 Pfizer-Corona-Impfdosen. Die Hilfslieferung soll bereits in der westukrainischen Stadt Uschorod angekommen sein. In der Region Transkarpathien wird nun jede Hilfe gebraucht. Die Bevölkerung muss mit den Folgen der Corona-Pandemie inmitten des in der Nachbarschaft tobenden Krieges zurechtkommen. Ab November tritt die Ausschreibung für Photovoltaikanlagen für Privathaushalte in die zweite Phase. Bewerben kann man sich unter anderem für den Austausch von Fenstern und Türen, die Modernisierung des Heizsystems und die Installation von Akkus. Die finanzielle Unterstützung beläuft sich dabei auf maximal 200 Milliarden Forint. Das neue Kreditprogramm der Regierung für Kleinunternehmen wurde gestartet, gab der Präsident der ungarischen Industrie- und Handelskammer bekannt. Laszlo Porog erklärte, das Secheni Mikrokredit Max könne zu einem einprozentigen festen Zinssatz beantragt werden. Dabei reicht der Gesamtkreditbetrag bis maximal 50 Millionen Forint und die Laufzeit bis höchstens 120 Monate. Porog ergänzte, mit dem Kreditprogramm soll in erster Linie die finanzielle Belastung der Unternehmen ausgeglichen werden. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017